so willkommen hier zusammen die nächste user challenge nachdem es hier ja ein bisschen mau aus sah mit den anfragen haben wir jetzt endlich mal wieder eine bekommen die letzte konnte ich leider nicht auf hochladen aufgrund technischer probleme wir jetzt einfach mal in anführungsstrichen setzen ich habe einfach vergessen mein mikro aufzunehmen das ganze hat sich ein bisschen ziemlich komisch angehört als hier unser red ist da geht schon wieder los was für ein monster und da geht schon los in der zweiten minute auf jeden fall die übelste penetration double penetration von zwei schwarzen würde ich was behaupten so kommen wir über die gegner wie ein verdammter sturm keine 60 sekunden vorbei naja ich dachte du läufst rein mit dem k lose ich bin weggezimmert sehr gut jetzt geht die party abhalten oder auch nicht das würde ich rausschneiden wird alles rausgeschnitten nur die tore wenn wir gewinnen sonst ja wenn wir gewinnen instant gelöscht wird auf jeden fall nicht hochgeladen ist auch schon eng hier aber wie viele lebt ne wir würden schon niederlagen auch gerne mal hochladen aber sie passieren halt nicht das ist halt das problemchen bei der ganzen geschichte nein genau ne wir wollen ja hier nicht die hochnäsigen markieren oder irgendwie weil wir sind halt einfach die geilsten ich glaube sowas musst du aber sagen sonst wenn du sowas sagst dann kommen die challenges normalerweise ja ne ne wie er es wusste glaubt ja keiner da sind die einwurfspezialisten gefragt boah wie ich ihn aufhalte guck so geil ich muss aber ähm was sag ich denn nachher ich muss die einstellung noch mal ändern geht auch nicht boah hast du denn eine periode nicht machbar so wunderbar wunderbar ich wollte auch einen anderen ein dahinter ja ja der angelaufen kam wäre natürlich schon ziemlich poronös gewesen das schiedsrichter gespanns aus der assi hebt die fahrer und schön ein traumpass nein schade auf kill jaden ah bitte erstens oh scheiße die situation hat er geteilt sorry ja hab ich mich vertan hab ich auch die müde zu bekommen oh ne wie er den verzieht alter das ist schon verdammt schwer die siebzehnte minute ja ja ne die einzige schwäche und abflussschwäche das stimmt läuft prima balleroberung jetzt muss es aber abgehen schweinsteiger anbar da ist er der vorbereiter par excellence der ideale mitspieler für jeden runter ja das könnte was werden nee na mit dem pass habe ich vorher gerechnet auf den pass nur auf den royce hätte ich vorher gerechnet war vorher auch schon frau rei ja da oh riskant von mir oh achso hit oh geil yes da will ich festhält jawoll nein außenpfüsst klose oh vorbeigeklost so wollten sie es nicht Mesut Özil hat den ball toller pass ja 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 okay world class und er macht ein weiteres einer Kopfballtore der ist aus dieser Mannschaft der ist aus dieser Mannschaft verhüllt aber an dieser Stelle sei es erwähnt Manni natürlich wunderbar herausgespielt die deutsche Geschichte und wenn du Sonnkopf war Chuck Manners die zacken zu nutzen da wird der Trainer zu fliegen sein mit der RL wir haben wir haben klopfen ach zu früh sorry das wollten sie ja gar nicht aber Bastian Schweinsteiger hatte in den Ball auf 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 zurück passen was für ein Auge was für ein genial nein so eine scheiße warum macht er das so spät Strafraum wie dumm nein was macht er lol jetzt nein ich bin schon wieder so schlecht war der falsche ich dachte eben bei dem Einzel oh lol wir sind da schon verletzt Schweine oh what nein ja du verpackt halt ne kann das nicht machen kein Problem für den der war verpackt sehr schön weg gehummelt Khedira Mesut Özil jetzt das ist klasse gemacht wie sie sich den Ball hier hin und her spielen da freut sich der Trainer oh der Trixer oben schön ne ich verstehe jetzt nicht was das für ein das ist so eine verpackte Scheiße einfach nur warum lässt weißt du das ist einfach lächerlich naja Lines gedrückt irgendwie jemand vielleicht ich du? keine Ahnung nicht dass ich wüsste also extra habe ich es nicht gemacht ne Quatsch das war einfach der Bug und der hat halt diesen Stürmer genommen nein schade sorry ich wollte es mal probieren auf dem kurzen ja diesmal ob das funktioniert leider nicht weggekurs mit angeschnitten das war das erste mal ich wollte es halt mal probieren sonst schiebt man den ja immer kurz rein ja ich denke mal das ist jetzt gegen die machbar oder ich bin da nicht so ich bin da nicht so wenn sie mir nicht so nicht so wenn sie nicht so dass sie sich so dass sie sich so und sie sich so auch die unbekannt jetzt nun mal dabei kann sich kaum noch die vor allem was wie die griechen der hatte keiner jetzt nicht mehr was das denn warte schön und ich dachte er nimmt den tschuldige ich dachte du nimmst den ich wollte gar nicht dahin damit habe ich nicht gerechnet ne, keiner hat früher eingeschaut wahrscheinlich selber nicht kurz stehen bleiben auf dem stand einfach mal probieren den muss er jetzt rausholen schade schade Marco Reus ist das gut leider nicht mit dem habe ich nicht gerechnet, hätte ich früher reinlaufen müssen schatte Klose das ist jetzt seine Chance ja, oh ne lebiteur wieder ein Drecksack oh das Bällchen ist doch heiß wie er den Ball spielt ja ey F Peter ey lol ja das gibt noch Eckball da sind die Fans entsetzt nach dieser Ecke kriegt sofort der Gegner wieder den Ball ich bin mal auf den Schiri gespannt da nutzt keine Ermahnung, da gibt's ne Verwarnung, Gelb ja das könnte was werden klasse geklärt, ganz toll ok, Allah vor Wursing, nur für den der Assistent entscheidet abseits zu wunderbar herausgespielt ja, sorry wie schweb er da ja, da läuft er nochmal und diesmal hält er ihn auch fest schönes help zeichen schönes help zeichen gut angefangen ja wir haben etwas von unserer extremen Brilliance eingebüßt aber dann haben wir uns ja ein bisschen gefangen ooooh komm lass doch die Zeit nicht runterlaufen hab ich gehört ach so was ausgewechselt ok ich dachte schon das wären die dann wäre ich wieder voll abgegangen ich hab direkt ich hab direkt ich hab direkt auf It's all! Super! oder? Oh geil! Nice! Hohoho, gut gesehen! Super! Du bist auch gekonnt, Herr! von Bastian Schweinsteiger landet beim Gegner. Sicher in der Ballbehandlung. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Götze? Mesut Özil jetzt. Ich bin hier, ich bin hier. Nein, oh doch. Oh, geil. Oh. Nein, sorry. Ich wollte da durch. Nein. Boah. Oh, shit. Abseits, oder? Jep. Jo. Ja, bleibt da wieder hin, äh. Loi. Passt du? Na klar doch. Loi. Sehr schön. Nein. Da muss ich zurückpassen. Ich bin so ein Idiot. Tut mir leid. Da muss ich doch sehen, ist der Enkel zu spät, ey. Schön. Oh, hallo. Da verlieren Sie den Ball. Das könnte jetzt gefährlich werden. Nein, Mann. Zu spät. Immer zu spät. Das muss ich dran. Ja, das muss ich dazwischen sein. Und, da muss ich mich wieder gehen. No chance in Hell. Nein. 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 Das ist ein Platz. Abseits, oder? Ich bin jetzt nicht dazwischen. Sicher? Das funkt nicht. Wollen wir hinlegen. Oh, schade. Nein, ich wollte ganz runter, sorry. Dass er den verliert, ist so bitter wieder. Schön. Ach, nimm ihn doch mit der Brust, ey. Alte Götze, Brust. Hast du. Nein! Nein! Ey, Foul! Oh, yeah. Vielleicht ist es vorbei? Ja. Schade. Das war so schlecht. Ja, war auch nicht verrollt gedacht, aber wäre auch so nicht durchgekommen. Götze? Nicht Jod, eigentlich hätte ich auch durchgehen können, ne? Also normalerweise stehen die hinten bomben sicher, aber... Nein! Runter! Ah! Sorry, sorry, sorry! Ja, ich dachte, der geht schon auf linksbums auf Götze. Da habe ich schon geschossen. Ja. Das ist einfach Götze gedacht eigentlich, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, das ist einfach nur verbackt. Äh, Leute. Dann schießt er auf den... Schießt er auf... ...liegt einfach mal am Boden. Pommes-Budenhändler draußen im Stadion. Ja, das ist halt die verbackte Kacke, ey. Ja, der fliegt immer so auf die Nüsse. Ja, wir kennen es ja. Pommes-Budenhändler, super Flanke! Pommes-Budenhändler, super Flanke! Pommes-Budenhändler, super Flanke! Pommes-Budenhändler, super Flanke! Äh, dieses Bild da schon. Was erhoffen sie sich von der Erderwärmung? Nö Kannst du nicht nie wieder gegen Holland spielen So geil Das ist einfach so overcool Ey Weil die Hacken gekickert Die gekickert Alles drin für die Schweden hier Ja Kein Anschlusstreffer und sind durch Also nicht durch Aber die müssen ja erstmal einmal treffen Für den Anschlusstreffer Ja so ein kleiner Anschlusstreffer So ein Mini-Anschlussstrefferchen Souverän geklärt Götze Ja 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 Steenbogen Hau rein, hau rein Nein Götze Ne Nein Hör abseits Beschissen So was macht doch Rolf eigentlich immer rein Normal immer Ja gut aber man passt aber auch schon scheiße nöse Nö mit Götze Loll Ja Nicht gesetzt Ein ganz schwaches Zuspiel Deswegen geht der Ball ins Haus Gerade noch rechtzeitig geklärt Da wird er vom Ball getrennt Marco Reus Und nun Lukas Bodo Nein Ich hasse das Doppelbass für den Arsch Ja Und jetzt startet der Kollege durch Mach es Ich bin so ein Drecksack Das war sehr gut, ja der hat es gehabt natürlich Ja das stimmt Aber sie schaffen es nicht Schon sein drittes Tor Ja da sieht er Super Wie dreist Die mich Assozial Sehr gut Danke Oh das ist aber jetzt schon eine komfortable Führung Abführen Boah, haut er sich rein Boah, haut er ihn nochmal um Er kennt ja keinen Freund und keinen Feind der Schweinsen Gut Die Worte Don't trust anybody Schade Kann nicht wahr sein Geh vor Der dritten Gang Hallo Kannst du mir Lass mich mal hinterher Dass er die nächste Chance dieser Art vergibt Und ich kann es einfach nicht verstehen, dass sie ihm da so viel Oh Das mach ich, sorry, sorry, sorry Mann Ich war schon längst auf Schluss an 16er Ich hab eigentlich direkt Abnahme genommen Und das macht er richtig gut Ach, dann hätte ich wieder Meine Fresse, ey Das dauert immer bei mir so lange Was, Bagheera? Oh shit, sorry Das war schwach gemacht, das ist ein Einwurf Ich bin eindeutig der Schwachpunkt Ich bin eindeutig der Schwachpunkt Naja, ich hab halt keine Wahlen Ich hab halt keine Wahlen, ne? Ja Habt ihr, ich kenne Keine Kumpel Seben Keine Aber dann sind wir noch beschissener Hahaha Er kommt in Österreicher, kriegst du nicht mehr hin Ne Boah Schöne Flanke Jawoll Abgefangen Uhhh Der guckt auch diese Videos, ne? Na? Der guckt auch meine Videos Ja? Hm Du meinst den Bang, oder? Dann bitte was lernen Ja Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt Das gibt's nicht Ohhhh Haha, sehr gut Bitch ist mich tschülé jetzt schau dir das mal an diesen Abschluss Manni, das ist Weltklasse da steht's 5-0 aber wenigstens quitten die schon mal, nicht? ja, was denn? aber bei einer Jura Challenge war peinlich, ne? das stimmt, ja oh, ne oh, ne oh, ne oh, ne wenn sie jetzt noch ein bisschen schneller kombinieren, dann fischen sie ja, mal direkt der To nein, was machst du? ne dann machst du den einen Haken im Laufen wär's gewesen tschön oh, so schön oh, jetzt kommt da der Reussi selber machen, krass lol lol nein nein warum nicht auf den Götze hm oh, ja, Philipp ja, Philipp mich nein wurde geklärt ein sehr schöner Pass ja, rupt death auf Killjin und jetzt ja, sorry mir macht nichts, okay wäre eine gute Idee gewesen ja, war schon die Wahrscheinlichkeit haha komm, mach'n eigen Tor das beeindruckend immer für die beste diesmal allerdings ohne Torerfolg lol quatsch, 5-0 gutes Spiel GG jo verabschieden wir uns jetzt auch mal bis zum nächsten Mal tschüss, bis dann wende